Guten Tag, ich bin heute Morgen mit allen Rabbunnen und Geschäfen, mit Jesu Frosch, mit einem heichlen Menachem, und bleibe in den Alten, so sagen, gesinnt und stark, mit Tarih des Jumens und Schoen des Teufels. Ich bin heute mit der Masse, aber ich bin heute mit dem Kretsch, der Rebbe, der Kreine Bruch hat mir erzählt. Ich wohne in Kfar Ate, Juren Zirik, und er legt vorlesen von der Bucherin und Tanja jeden Tag. Er weiß nicht, dass der Rebbe, der Babotscher Rebbe, so können wir auch ein Gewur geworden von dem. Er hat eine Kusset in die Pfarrer, und er hat eine eigene Milch. In jener Zeit, er hat noch nicht gewusst, dass er Kuschere Milch in alle Dörfer, in alle Städte steht. Der Babotscher Rebbe geschickt hat Schlieg von dem Jied, wo er hat Milch, er soll jeden Tag schicken von einem Rebbe von einem Quartal eine Gläser Milch, eine Flasche Milch, weil er lernt vor Tanja. Er weiß nicht, dass er so gewohr geworden ist, aber er hat eine gewisse, jeder eine, was er lernt vor Tanja. Er ist bekannt auch, er hat geschrieben eine Briefe von einem Glauben, der Kreuner Verröcher, und er schreibt ihm Kotschig, und er sagt mir, in der Kirche, da ist nichts Bischoffer, aber so wie er stammt von ziemlich Zeitiges Chassidim, eigentlich in der Villa, also in Teure Wehre, so sahen er Schier in Tanja, jeden Tag, besser als er mit Städte sahen beim Schier. Er ist bekannt, also er ist gesessen bei dem Schier, es hat Juhn, er ist gesessen bei dem Schier, in Teure Wehre gewesen, als Schier in Tanja. Und so haben wir auch das Chier, läuft der Eiwechste, in Slemmen vor Tanja, Seifer Bucherem, Seifer Jengelad, er anbringen, in der Kep, in dem Daas, von Jeden, der Daas Alekai, wo der Ebbe Philippi, noch gesagt, auf Seifer Atanja, auf Seifer Lekei. Versteigt sich, jeder Mensch hat Seifer, sie wenden sich, wo es geht mit dem Seifer? Also ein Mensch, fühlt sich schon, mit dem Limmat hat Tanja, von Umfang bis zum Sof. Er sagt, warte, auf Seifer Lekei, wird aufgearbeitet bei ihm. Dort habe ich gesagt, mit dem, als jeder Jied, auf den Hartz, in der Havre Mesteres, in Jere Mesteres, in der Minde, in der Havre, in Jere Simche, alle Keuchers Hanneves, liegt behalten in der Mensch. Noch so schluft. Man darf es so wecken. Mit der Teure Sachsides, weckt man auf die Keuchers Hanneves, die Keuche Lekei, am soll kennen, trachten, wissen, wo sie der Emmes, kennen Michalik, bei ein Keuchers, Lekei, bei ein Neu, Lekei, sich. Du hast Hachen, Junem, wo sie redet sich, eine fragt mich amul, als ich gendet, dem Schiertanje, wenn sie lehnt man ein anderer Seifer? Ich sage ihm, ja, wenn es, wollt man alles schon gewähm Beine nehmen, wollt man gehen, trachten, sie lehnt eine andere Seifer. Aber Kohl's Mann, der weiß nicht, bei dir, in den Zweifel, in der Zweifel, in der Zweifel, in der Zweifel, in der Zweifel war, von Beine nehmen, wurde ausgerechnet, je kie das Gille, noch von Tania's Zeit, in der späteren Zeit, weiß er heißt, Beine nehmen, und wir meinen, müsste noch mehr lernen, noch mehr lernen, öfters mit der Zeit, in der Juren, später, wenn man solche sagen, zieht sich immer zu sein, Beine nehmen. Eine von der Hauptsachen, was die Tania bringt, in Bechlau, Gesiedes, ist die eine von Tvillen. Aber wir machen, die Tömer bleiben, und das ist herausgegeben, dem Seifer, wo das Tvillen, wo das Tvillen, ist die eine große, große Gitarre, die eine Tvillen, als eine Land, der ich fahren, da haben, und am Amen, von dort, ist die Möglichkeit, als ich aufwecken, von dem, der Köhre, der Nefisch, auf dem Köhre, hat Tvillen. Also, ich weiß, wie man sieht, als einer von der Hauptmessiere, wo sie gewesen, von dem Pinsker, ich weiß, alles wegen dem Ingen von Tvillen. Und wie der Tania schreibt dort, als sie gewöhnt hat Zeit, wo sie erschienen, um sich in einem Eidemes, Talmidechachum, aber es haben nicht gehalten, am Dabonen, in seinem Wattel gewesen, der ganze Ingen von Tvillen. Bei Meile, der Ingen von Tvillen, ist nicht keine neue Sache, das ist eine alte Sache, wo sie alle Jürgen, und mit dem, gehören wird in dem. No, sie gekommen an der Zeit, wo sie geworden, ein bisschen schwacher, in der Köhre, der Köhre, das Beklall, in der Chabad, befracht, um aufgearbeitet, im Mittels, der Köhre, der Tvillen. Eine von der Sachen, was sie Tanya bringt, das war ein Klöckes, Rambam, Rambam, sie mitzvies, Tvillen, sie mitzvies, der Reise, Tolles hat er ganz in Schmies, als die, wenn sie mit Tvillen, sie mitzvies, sie mitzvies, der Reise, und die, wenn sie nicht, dass sie mitzvies, ist es noch Tvillen der Buhnen. Aber auf jeden Fall, sagt Tanya, als Tvillen, ist also wie die Kittaschädere. Die Kittaschädere für einen Mensch, wird nicht gerechnet von der Macht, einem, das ist eine extra Sache, weil die Kittaschädere halb sich um für den Möch, und sie geht heran in den ganzen Gif. Du sagst, der Köhre hat Tvillen, ist der Kittaschädere, für wie alle Köhre sind Nefisch, für die Macht, die Kittaschädere, die Kittaschädere, alle kommen raus von Köhre hat Tvillen. Die Kirche hat gesagt, Wenn man nicht versteht, man sieht nicht in der Kirche der Kirche. Wenn jeder so einen Glauben in der Kirche der Kirche ist, wird es gewesen, dass Kirche ein berühmischer Kirche ist. Und das ist der Zillen, mit dem Arzt und dem Röscher, mit dem Gehör der Kirche ist. Das ist der Zillen, das eine von den Sachen ist der Inje von Kirche. Das ist der Zillen, das ist der Zillen, mit dem Arzt und dem Gehör der Kirche. Das ist der Zillen, das ist der Zillen, mit dem Arzt und dem Gehör der Kirche. Und die Kirche bringt auf den Platz. Am Sonnenschein, als hantige Zeiten, ist die Inje von Kirche nicht so stark wie Amul noch Pink verkehrt. Aber hantige Zeiten, ist die Klippe sich misgabert. In der Ölm, der Nefische Abahams ist sich misgabert. In der Ölm, der Klippe ist von der ganzen Welt, darf man immer ein Schuhsig, und darf man immer ein Schuhsig sein, dass alle Kirche von der anderen Seite von sie immer sehen. Und das ist der Zillen, der Jäkow, der Jäkow, der Jäkow, der Jäkow und der Jäkow, der Jäkow, der Jäkow, der Jäkow, der Jäkow, der Zillen von Mitzv Arzt, und der Röscher Magiehashamame. Das ist der Jäkow, der Jäkow, der Jäkow, in dem Eikow, in der Iqvus der Mischieche. Dorte behalten, behalten, der Koyach von dem Jäkow. Das ist der kleinste Aus, aber von dem Aus wird geschirmen, alle Ölzies. Der Jäkow, das ist die stärkste Sache, von allen Ölzies der Teure. Und dort, darf man heraam bringen, in dem Eikow, in dem Iqvus der Mischieche, darf man heraam bringen, dem Koyach von Jäkow, in der Hohio, sie darf zahmen taasimchen. In Manchester, bin ich so mehr gewohnt, ich bin nach Jeschieven, ich bin so gedenkt, ich bin nach Rav Yitzchuk Dubov, der Kreuner der Wroche, in der Talmud für der Schaub, ein ehrlicher Jäkow, ein ausgeweigter Jäkow, mit Chassides, Teure. Er hat vorgelebt, jeden Dienstag hat er vorgelebt, Tanja. Und sie haben dort noch eine, so will ich sagen, beschmeuert, ein ehrlicher Jäkow, ein litwischer Jäkow. Dort hat man gesehen, der Chilik, was heißt, achsidischer Jäkow, und ein litwischer Jäkow. Was ist das? Es wird ein Himmel, das Kabel, alle Tfilis. Aber ich rede, Le Gabi, Anushim, wer Rav Yitzchuk, hat gedauert, daran gebracht, die Achaias, wenn er gesagt, Le Chua, Hashem, Agdila, wire, was der Wesen, war Neitz, war Hoyt, dann macht man sich gespringen. Der andere hat gedauert, mit dem Meriris, in der Kennzügen, als weshalb der Gehete im Davonen, ist schier nicht daran gefallen, zwischen Meriris und Atzis. Das ist eine von den Sachen, was Chesidus darf es nicht. In Chesidus, in Merachik, der Haltadus, also wie Aschora Masik, Rachmudele Zlon, in der Fahre bei Jiden, hat man gearbeitet auf Simche. Das ist eine von den Achillig, zwischen den zwei. Den hier finden viele, steht in zweiter, von dem Shemakudish, Hanes Shumma Omra Rarav, und Hanes Shumma Gizuk, von Merchamakudish. An Nishwal, die lehnt das so viel, und die Kennzlehnen, wegen Demo, das ist ein Keuch. Da ein Keuch ist, der Keuch hat viele. Das ist der Keuch von Merchamakudish. Und das ist der Merchamakudish, gejagt, von der Talmide, 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 an Zofkala Deiris. An der alle, die Vre Chesidus, wo es mehlehnt, das wächst auf, der Keuch hat viele. Und als der Keuch hat viele, sahen auf, das ist ein Keuch, Keuch, Jankiv. Das ist der Keuch, teure, der Keuch, Tfille. Wo du es nehmt, immer der Jedei, mit der Jedei, Eisef, an der Jedei, Eisef, sondern schon kein Schlitter, Finz, nicht begascht, nicht berochten. Das ist der Keuch, zu dem Tuk, wo die Tanja schreibt, Pude, Beschulem, Nashi, wo es steht, von B'Shemakudish, HaKorva, Nashi, Geula. Es geht darauf, auf jeden Nefisch, mit Yisrael, darf sehen, mit Keuch, zu sein, sein Nefisch, zu Geile, also zu sein, der Geiles, Brutiges, von jedem Nefisch, hat mir solche, sein, zu der Geile, Klulis. So, der Eibisch, zu helfen, also alle, die sich mit Kabel, zu Davanen, besser, in Zelen, Achseedis, Kedai, so sein, Korva, Nashi, Geula, Pude, Beschulem, Nashi, wo die, Pude, Beschulem, Nashi, hat ihm gekost, Keuch, in Gesind, in Messias, Nefisch, Mamisch, und das bleibt, auf Deure, Deures, Hayiden, sich mit Dava, Gesahn, in Keuch, Hatfile, in Keuch, Achseedis, Et mezeiche, zahn, as, zahn, wo Uli, Mashi, Bahar, Zien, Lish, Betes, Haar, Eisev, wo Heuse, Lashem, Amlich, Bemheire, Bemane, Umein,